Mein Name ist Adrian und in diesem Video möchte ich dir dieses Gerät hier vorstellen. Ich würde sogar sagen, mein neues Lieblingsspielzeug hier bei uns in der Videoproduktion. Aber was ist das überhaupt und was kann man damit machen? Wir stehen als Videoproduktion immer und immer wieder vor der gleichen Herausforderung. Wir fahren mit unserem Material zu einer spezifischen Location und sollen dort gutes Bild- und Tonmaterial abliefern. Natürlich haben wir die Möglichkeit, uns vielleicht verschiedene Räume anzuschauen und zu überlegen, drehen wir jetzt eher hier, drehen wir eher dort? Und gelegentlich ist es auch so, dass wir durchaus schöne Perspektiven bekommen, wo wir sagen, wir drehen jetzt von hier und das sieht gut aus, wir sind vielleicht in einem modernen Coworking-Space. Irgendwie passt der Hintergrund zu dem, was wir jetzt hier inhaltlich produzieren, sei es ein Interview, irgendeine Art von Statement, ein Schulungs- oder Produktvideo, all das Mögliche, was wir eben mit mehreren Kameraperspektiven in einem Raum abdecken wollen. Nur ist es nicht immer der Fall, dass diese Räume sich dafür anbieten. Gelegentlich ist es auch einfach so, oder eigentlich ist es der häufigste Fall, dass die Räume einfach nach einem normalen Büro aussehen. Einfach langweilig und gegebenenfalls sind nicht mal die Wände ordentlich gestrichen. Wir haben irgendwie so eine umlaufende Plastikleiste, wo entsprechend Netzwerkkabel, Telefonkabel, Strom drin liegt. Es sieht einfach mies aus. Und ja, wir haben auch manchmal die Möglichkeit, dann eben in einem Foyer zu drehen oder vielleicht auch in einem größeren Meetingraum zu drehen. Und es gibt durchaus Locations, die man so raussuchen kann, aber nicht immer bekommt man was, wo man jetzt sagt, okay, so wie das jetzt hier aussieht, das nehme ich jetzt so als Hintergrund. Und genau da kommt dieses Teil hier ins Spiel. Und wir waren schon sehr häufig jetzt echt zufrieden, dass wir diese Möglichkeit in der Hinterhand hatten, um einfach mal im Hintergrund ein Fenster zu zaubern oder auch etwas anderes. Was könnte es beispielsweise anderes sein? Wir haben hier die Möglichkeit, so etwas einzusetzen. Das heißt, ich kann dir das einfach mal rausziehen, mal rausnehmen. Und dann kann ich mal hier in diesem Lichtkreis einen Baum sozusagen einsetzen und den hier in den Hintergrund werfen. Und jetzt kann ich natürlich hier das Ganze defokussieren noch. Und so habe ich vielleicht nur den Schimmer von einem Baum im Hintergrund. Was habe ich jetzt aber hier stehen? Wie kann man so etwas im Hintergrund machen? Wir haben hier die neue Aputure Lightstorm 60X. Es gibt auch noch den Bruder, die 60D. Der Bruder kann quasi nur Tageslicht. Die D-Version und die X-Version, die kann warmweiß und kaltweiß. Wir haben uns für die X-Version entschieden. Die hat ein bisschen weniger Power, kostet ein bisschen mehr, aber wir haben damit die Möglichkeit, eben ein warmes Licht stärker in den Hintergrund zu werfen und damit auch nochmal einen farblichen Kontrast zu schaffen zum Vordergrund. Und vorn dran haben wir das Objektiv. Und das ist quasi das Objektiv fürs Licht. Und ja, das ist das Objektiv. Und das hier vorne, das kleine, das ist die Lampe. Hier vorne haben wir den Spotlight Mini-Zoom. Und das kann man sich als eine Art Objektiv für das Licht vorstellen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, tatsächlich auch zu zoomen. Wir können es jetzt hier in dem Fall kleiner und größer machen. Und wir haben hier 15 bis 30 Grad. Ich hätte es natürlich gerne noch eine Idee weitwinkliger. Man sieht es auch. Es ist jetzt hier im Hintergrund ungefähr, habe ich die Wand vom Objektiv hier, von der Lampe, vielleicht so 1,50 Meter entfernt. Und wir haben hier hinten vielleicht so einen Quadratmeter ungefähr an Lichtquelle. Dementsprechend kann man das so ein bisschen für sich einplanen. Aber ich bin echt ein riesen Fan davon. Wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit zu simulieren, dass an irgendeiner Stelle beispielsweise so ein bisschen Licht durchbricht. Oder es gibt auch ganz viele von diesen Einsätzen, die da mitgeliefert werden. Man kann sich auch eigene Einsätze selbst ausstanzen. Und dann hat man die Möglichkeit, eben ein spezifisches Hintergrundlicht zu gestalten und etwas auf den Hintergrund zu beamen. Dazu habe ich hier die Möglichkeit, eben das Ganze so ein bisschen abzuschotten. Das heißt, wenn ich jetzt nur einen bestimmten Bereich haben will, kann ich eben auch nur einen bestimmten Bereich hier abschotten. Und damit kann ich auch einfach so einen Lichtstrich oder sowas in der Art im Hintergrund machen. Mit dem Output bin ich sehr zufrieden. Also das ist hier in Kombination entwickelt. Das heißt, dieser Spotlight Mini-Zoom ist sozusagen für diese eine Lampe. Deshalb muss man das aktuell mit dieser Lampe verwenden. Vielleicht gibt es auch irgendwann dann nochmal stärkere Lampen, die in Kombination mit dem Zoom hier verwendet werden können. Aber aktuell ist es diese Lampe und ich bin zufrieden mit dem Lichtoutput. Also bisher war es so, dass wenn wir im Vordergrund das entsprechend gestaltet haben, dass das gut war, das Licht hier so im Hintergrund zu haben. Aber natürlich, wenn der Raum an sich schon sehr hell ist, dann muss man damit auch ein bisschen schauen, dass man vielleicht relativ nah rankommt an die Wand. Vielleicht nicht weiter weg ist als ich jetzt. Und damit wird natürlich die Projektionsfläche auch nicht besonders groß. Das schluckt natürlich auch Licht. Aber es ist so eine geniale Möglichkeit, einfach etwas in den Hintergrund zu werfen und damit den Hintergrund interessanter zu machen. Und wie gesagt, wir können das Ganze hier auch so defokussieren und dadurch eben, ich kann es auch nochmal scharf stellen hier, entweder so scharf oder eben so komplett unscharf. Und damit halt die Möglichkeit, einfach nur was Interessantes in den Hintergrund zu zaubern. Und wie gesagt, oft ist es eben der langweilige Büroraum und damit auf einem Stativ, aus der Perspektive vielleicht auch von dem Fenster, was vielleicht auch ein bisschen mit angeschnitten ist, bekomme ich einfach was Interessantes in den Hintergrund. Und dann sieht selbst der langweilige Büroraum eben nicht mehr so langweilig aus. Und deshalb haben wir, es ist nicht billig diese Kombination, absolut nicht, haben wir uns dafür entschieden, uns sowas zuzulegen und hiermit die Möglichkeit zu haben, einfach spannende Sachen in den Hintergrund zu werfen und das eben im Winkel anzupassen, im Fokus anzupassen und sozusagen ein Objektiv für den Hintergrund zu haben. Und die App lässt sich natürlich, also die Aputure App lässt sich natürlich auch für diese Lampe verwenden, sodass man, wenn das eben relativ weit oben auf dem Stativ draufsteht, man auch die Möglichkeit hat, mit der Aputure App die Farbtemperatur einzustellen, die Helligkeit einzustellen und so weiter. Und wie gesagt, in den Einsatzzwecken, die wir es jetzt hatten, waren wir einfach heilfroh, weil wir ein so viel besseres Bild generieren konnten, indem wir diese Lampe vielleicht drei Meter, fünf Meter vom Hintergrund wegstellen konnten und dann ein Fenster, einen Baum in den Hintergrund setzen könnten. Irgendwas Abstraktes. Oftmals ist es ja auch gar nicht so scharf, die Wand dann, wie jetzt meine Wand hier, sondern wir holen die Person so weit von der Wand weg, dass einfach die ganze Wand schon unscharf ist und dann werfen wir noch ein unscharfes Licht in den Hintergrund, um das Ganze noch ein bisschen diffuser, ein bisschen spannender zu machen. Natürlich, es gibt dafür auch andere Möglichkeiten. Wir können hier auch einfach eine Lampe nehmen, einfach nur mit Objektiv sozusagen und das Ganze entsprechend mit einer Linse so ausrichten, dass es nochmal durch ein Brett durchgeschossen wird und damit dann das Brett sozusagen diese Form in den Hintergrund wirft. Aber hier die Möglichkeit zu haben, mit der Unschärfe in so einem relativ kompakten Format noch und so flexibel das zu handhaben, das hat uns echt überzeugt und da sind wir sehr froh, dass Aputure jetzt sowas in diesem Format anbietet. Die haben auch die größeren Zoom-Linsen, die haben uns aber bisher nicht so zugesagt, also die größeren Linsen, wo man hier sowas einsetzen konnte. Ich glaube, es waren sogar gar keine Zoom-Linsen, sondern es waren feste, bestimmte Lichtwinkel, die man da kaufen konnte. Aber das hat jetzt echt richtig Spaß gemacht für uns und wird uns in Zukunft beim Kunden gute Bilder liefern, unabhängig davon, wie gut der Kunde sozusagen mit seinen Räumlichkeiten aufgestellt ist. Also absolute Empfehlung, sich so einen Teil hier zuzulegen, wenn man in einer ähnlichen Situation ist oder wenn man eben sein eigenes Setting auch nochmal deutlich aufpimpen möchte und es irgendwie gut dazu passt, hier sowas in den Hintergrund zu zeichnen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dir mit diesem Video hier weiterhelfen konnte und würde mich freuen, wenn du eine positive Rückmeldung dalässt. Drück einfach den Daumen nach oben und wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao!